Dieses Video erklärt Ihnen die Zusammen- oder Getrennt-Schreibung bei Verbindungen aus Adjektiv und Verb. Ob Verbindungen von Adjektiv und Verb zusammen- oder getrennt geschrieben werden, ist oftmals gar nicht so einfach zu entscheiden. Ich möchte Ihnen deshalb Regeln vorstellen, damit Ihnen die Entscheidung in Zukunft leichter fällt. Wenn sich aus einer Verbindung aus Adjektiv und Verb keine übertragene Bedeutung ergibt, werden diese getrennt geschrieben. Wenn aus der Verbindung von Adjektiv und Verb ein neues Wort mit eigenständiger, übertragener Bedeutung entsteht, wird diese Verbindung zusammengeschrieben. Hier ein paar Beispiele dazu. Ein guter Redner kann vor Publikum frei sprechen. Die Verbindung des Adjektivs frei mit dem Verb sprechen wird in diesem Fall ohne übertragene Bedeutung im Sinne einer freien Rede gebraucht, also getrennt geschrieben. Getrennt-Schreibung erfolgt auch bei zusammengesetzten Adjektiven und Verben, zum Beispiel bewusstlos schlagen, scharf einstellen oder bei gesteigerten Adjektiven, zum Beispiel feiner malen. Wenden wir uns nun der Zusammenschreibung von Verbindungen aus Adjektiv und Verb zu. Ein Beispielsatz. Wegen fehlender Beweise muss der Richter den Angeklagten frei sprechen. Freisprechen erfährt hier eine übertragene Bedeutung. In diesem Fall erfolgt die Zusammenschreibung der Verbindung aus Adjektiv und Verb. Weitere Beispiele, in denen sich eine übertragene Bedeutung ergibt, die sich nicht direkt aus den Bedeutungen des Adjektivs und des Basisverbs erschließen lässt, sind zum Beispiel krankschreiben, bereithalten, gern haben. Dann gibt es noch den Fall, dass beide Schreibweisen möglich sind. Adjektiv und Verb dürfen zusammengeschrieben werden, wenn sich das Adjektiv auf das Resultat einer Handlung bezieht. Auch hierzu einige Beispiele. Rot streichen, blond färben und garkochen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video helfen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.